Schönen guten Abend. Wolfgang, sieh an, dass der Stand stimmt. Ja, und hier sehen Sie mit drei Kurven, mit drei, vier Linien, wie die Schönheit des A7 definiert ist. Wir sagen immer, ein schönes Auto ist erst dann schön, wenn es mit drei Kurven zu erkennen ist. Ja, es ist ein sehr emotionales Gefühl, doch derart wunderschönes Fahrzeug präsentieren zu dürfen. Wir haben dafür hart gearbeitet, wir haben uns wirklich zutiefst engagiert und dieses Auto macht seinen Weg, da bin ich wirklich überzeugt. Einen schönen guten Abend zur Weltpremiere des Audi A7 Sportback. Es ist ja für einen Ingenieur immer besonders spannend, wenn ein Fahrzeug zum ersten Mal, wir sagen, in Betrieb genommen wird. Also wenn der erste Prototyp dann wirklich seine ersten Meter zurücklegt. Und dieses Fahrzeug wird das erste Fahrzeug sein mit dieser Lenkung im MLB und wir werden das jetzt auf alle weiteren Fahrzeuge über die nächsten Jahre ausrollen. Darf ich es für Sie zusammenfassen und sowas sagen wie es war geil? Ich hätte mir es jetzt nicht schöner zu sagen getraut. Danke. 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 Danke.